Wir wollen über Bayer 04 Leverkusen sprechen und den VfB Stuttgart, die sich einen erbitterten Kampf geliefert haben über 90 Minuten. Am Ende ist es ein 1 zu 1 geworden. Die Leverkusener verteidigen damit die Tabellenführung, bauen sie sogar mit dem Punktgewinn ein bisschen aus. Und Stuttgart bleibt das Überraschungsteam in dieser Saison. Habt ihr diese erste Halbzeit gesehen? Und wenn ja, wie offen war euer Mund? Krass offen. Ganz weit offen. Also das sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen und auch nicht nachmachen. Das mache ich nie wieder. Aber was hatten die? Drei X-Goals oder so zur Halbzeit? Sorry. Das war die schönste Halbzeit dieser Saison. Was ist passiert? Ich habe über X-Goals geredet und über Stuttgart-Besitz-I-Bahn. Ich war gerade in Gedanken woanders. Wo warst du? Beim offenen Monitor. Bei dem Monitor. Der macht mich immer so verrückt. Weil ich muss da immer hingucken, aber ich merke, dass meine Augen von Sendung zu Sendung schlechte werden, weil ich es selbst mit Kontaktlinsen... Aber lies nicht die bösen Kommentare. Da haben gerade wirklich welche Pläti-Goat geschrieben. Chat eins in den Chat, wenn ihr Pläti mögt. Guck mal hier, Pläti-W, Pläti-Goat. Okay, Stuttgart. Hier sind ja die Ex-Probis. Stuttgart hatte gute Truppe, aber da lag ich falsch. Stuttgart hätte ich niemals da oben hin verortet. Ich hätte niemals zugetraut, dass Giras hier auf 20-Tore-Kurs geht. Und ich hätte niemals zugetraut, dass Sebastian Hoeneß den Job macht, den er macht. Da lag ich komplett falsch. Aus Stuttgarts Sicht geil. Gute Truppe, geile Fans, geile Stadion. Und ich bin davon überzeugt, dass es Stuttgart am Ende in die Europa League schaffen wird. Weil sie personell wohlgemut, darf man nicht unterschätzen. Super Sportdirektor, der hat es im Griff. Sie haben Endo gut ersetzt. Mio hat es im Griff. Girasie, ich glaube nicht, dass der im Februar noch in Stuttgart ist. Geht die Tendenz gegen den Winterabstieg, sagst du? Wie bitte? Geht die Tendenz gegen den Winterabstieg, sagst du? Entschuldige, sag nochmal bitte. Geht die Tendenz gegen den Winterabstieg? Also, man muss ja auch ein bisschen dazu wissen, Girasie hat ja das gleiche Management wie zum Beispiel Randall Colomorny. Also wird er streiken. Nein, er war in Frankreich, er hat nicht gestreikt. Der Rückflug hat nicht so ganz funktioniert. Bei Colo jetzt. Nein, ich glaube, dass Girasie, ich glaube, der wird nicht zu halten sein. Ich meine, der kostet 17,5. Da ist Newcastle dran, Manchester United, das wissen wir selbst von United. Die wollen eventuell zupacken. Er wird nicht zu jedem Verein gehen, aber die Chancen werden ehrlicherweise von Tag zu Tag geringer. Und das wäre sehr schade. Aber dann lass uns einmal ganz kurz über den spielerischen Ansatz vom VfB Stuttgart sprechen. Frank, du guckst ja die Spiele auch. Wie kannst du dir das erklären, dass man als Relegationsteilnehmer auf einmal so eine sportliche Entwicklung macht, vor allem mit den Abgängen? Und die dominieren ja teilweise Spiele nach Belieben. Also vor allem jetzt die ersten 45 Minuten gegen so einen starken Gegner wie Leverkusen. Was macht Stuttgart so stark? Ja, das nächste Mal ist natürlich mit den Erfolgen zu Beginn der Saison ist gleich mal das Selbstvertrauen in das, was sie tun. Nämlich auch zocken. Also wirklich in allen Phasen auch ist unheimlich gestiegen. Und dadurch haben die natürlich eine extreme Überzeugung und wollen diesen Ansatz, diesen spielerischen Ansatz, den pflegen die natürlich auch. Des Weiteren ist der Mut natürlich deutlich mehr gewonnen, auch gegen den Ball. Einfach hat man ja auch gesehen. Also das ist richtiges Angriffspressing, das ist komplett aktiv in allen Phasen und die sind da einfach gewachsen. Und letzte Saison mussten sie viel leiden und ich glaube, dass das auch was mit einer Mannschaft macht. Wenn du da durchgehst und dann in der neuen Saison sofort in die Erfolgsspur findest, dann ist diese Geschlossenheit, diese Leidensfähigkeit, die ist natürlich dann eine Waffe. Und die Qualität haben sie und man muss auch dazu sagen, letztes Jahr hat natürlich Gerasi viele Spiele gefehlt, verletzt. Wer weiß, ob die wirklich bis zum letzten Spieltag hätten zittern müssen, wenn der am Start gewesen wäre die ganze Saison. Weil er trifft natürlich richtig, richtig gut und macht da einen großartigen Job. Und die Mannschaft weiß es, auch ihre Stürmer, und da kommt auch rein, trifft sofort, die Mannschaft weiß es, ihre Stürmer auch entsprechend in Position zu bringen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Terrence, du weißt es selber, das gibt dir viel Selbstvertrauen, wenn du weißt, die Jungs, die bringen mich genau dahin, damit ich treffe. Es ist auch 100% gerade so, dass die bei Stuttgart alle morgens zum Training kommen und sich denken, geil, ich habe auch richtig Bock heute. Ich meine, da läuft ein Undorf rum, der denkt gerade wahrscheinlich, der ist R9. Naja. Gerasi sowieso. Und wenig Druck vor allen Dingen. Also Stuttgart, das hat keiner erwartet. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, nicht? Wenn du in so eine Saison gehen kannst, du hast die Liga gehalten, alle haben dich gefeiert, obwohl die Saison nicht gut war, aber du hast den Hamburger SV geschlagen, du bist in der Liga geblieben, kommst das genau, was Franke sagt, kommst in die Saison geil rein. Kein Druck, keiner erwartet irgendwas vom VfB Stuttgart, ja, und dann kannst du ein bisschen lockerer in solche Spiele gehen, nicht? Und dann, ja, Automatismen, dann kommt Selbstverständnis dazu, auch mehr gehen, Bälle rein. Gerasi hätte von überall schießen können, jeder Ball war drin, ja, dann kommst du zum Flow, so ein Positiv-Flow, genauso wie es bei Union Berlin zum Beispiel ein Negativ-Flow ist, ja, wo offenbar gar nichts mehr geht, ja, die die Jahre davor performt haben. Und das kann man halt dann auch oft nicht erklären, aber das ist das Geile am Fußball, dass solche Dinge passieren und es ist halt so viel die Rübe, ja, die entscheidet. Und natürlich auch ein geiler Job gemacht, ne, also, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, da und da, aber nicht so gut gemacht, Fabian Wohlgemuth, du hast es schon gesagt, ja, auch Sebastian Hoeneß und alle, die dazugehören, sind ja nicht die einzigen, haben da einen überragenden Job gemacht und haben eben super ergänzt, um eben diesen Fußball zu spielen und geht halt auf. Und wenn wir auch nochmal in die Psyche gehen, da muss ich gucken, wie ich das formuliere, ich habe so eine Beobachtung gemacht, weil Sebastian Hoeneß, Sebastian Hoeneß ist ja, seitdem der jetzt bei Stuttgart ist, ein ganz anderer Mensch, der hat Vollwart bekommen, vielleicht ist jemand, ja, nein, klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Wo bist du denn? Ich möchte darauf hinaus, dass Sebastian Hoeneß die Auszeit, die er hatte, bis er Stuttgart-Trainer wurde, genutzt hat, um auch an seinem ganzen Repertoire zu arbeiten. Der Sebastian Hoeneß, wie der an der Linie steht, der steht, hat eine ganz andere Körperhaltung als noch zu Hoffenheim oder zu Campuszeiten, hat ein ganz anderes Erscheinungsbild, hat auf einmal volles Haar, das ist das, was ich sagen wollte. Nein, da wird jetzt jeder lachen. Wundert mich, dass die Wildzeit und die Geschichte nicht gemacht hat, vielleicht dürfen Sie nicht. Ist ja auch kein Geheimnis mehr, ich würde es auch machen. Erst dann, wenn er Longboard fährt. Nein, aber da ist ja anscheinend optisch irgendwas passiert und ich glaube, da hat so ein Selbstbewusstsein mitbekommen, trägt jetzt eine Käppi, ich muss immer auf Sebastian Hoeneß. Was ist denn mit dir? Hä, nein, wir können doch mal eher... Aber du achtest nicht so. Ich dachte Gott mit Inhalten, er hat so in seiner Trainerpersönlichkeit gearbeitet. Wir versuchen zu ergründen, wenn es bei Stuttgart läuft. Willst du gerade neudeutsch sagen, er hat ein Glow-Up gemacht? Die Jungen, Sebastian Hoeneß, hat ne absolute Metamorphose vollzogen und ich glaube... Was? Okay. Aber um darauf aufzubauen, du hast recht, auch wenn du es anders gemeißerst, warte. Das Geile ist ja bei Sebastian Hoeneß, also als er gekommen ist, um das wieder in die inhaltliche Schiene zu schieben. Das ist ein geiler Typ übrigens. Stimmt, 100 Prozent, hast du da recht. Es hat ja sofort funktioniert. Die sind ja in der Sebastian Hoeneß-Tabelle auch in der Rückrunde auf Platz 8 dann gewesen, was ja schon mal gezeigt hat, dieses Team ist sehr stark. Wie kannst du auf einmal so ernst reden? Das ist sehr lang. Gib dem Mann mal Weizen oder so, weiß ich nicht. Und was er ja gemacht hat in der Zeit, als er keinen Verein trainiert hat, er ist zu Brighton gegangen und hat dort nochmal bei Dezerbi hospitiert, hat sich das angesehen. Und viele Elemente des Fußballs, die du jetzt in der Premier League siehst, den siehst du ja auch beim VfB Stuttgart. Und er ist von dort gekommen, also es passt einfach perfekt. Und ich finde schon, dass er in dieser Zeit viel gemacht hat, sich weitergebildet hat, neue Ideen zusammengetragen hat und die jetzt auch sehr, sehr gut umsetzt. Und er hat Haare natürlich. Aber jetzt ganz unten voll, wir sagen Männer. Vom Weihnachtsmann. Das wäre falsch. Frauen und Männer, Damen und Herren, ihr habt alle unter Trainern gespielt. Es ist ja wohl so, dass du es wahrnimmst, ob ein Trainer an der Seitenninie mit Brust raussteht, ob er was darstellt oder ob er, also ich finde, das wird völlig unterschätzt. Eine Hose trägt. Aber er war immer verarscht. Doch, es ist ein Unterschied, ob er eine Hose anhat oder nicht. Terrence, kannst du mir jetzt mal bitte zur Seite spielen? Also willst du mir sagen, ich habe Kreiszieger gespielt, mein Trainer hieß Manfred und hatte eine Applausel und deshalb bin ich scheiße oder was? Das ist jetzt der Punkt, oder wo willst du hin? Aber ich glaube, ich weiß, du wolltest da gar nicht drauf hinaus, aber dann gehe ich auf deinen Zug. Ich glaube, er hat wirklich an seiner Trainerpersönlichkeit gearbeitet. Das Erscheinungsbild. Nicht nur das Erscheinungsbild. Das Erscheinungsbild ist sicher dann ja quasi am Ende das, was es widerspiegelt, was er an seiner Trainerpersönlichkeit auch gedreht hat. Vielleicht ist er jetzt sich auch mehr darüber bewusst, was möchte er überhaupt sein als Trainer, was ist seine Spielphilosophie. Ich meine, du weißt es besonders gut, als Trainer braucht man selber auch irgendwo eine Philosophie, man muss sich selber treu sein, muss aber ja auch damit arbeiten, was man eben bekommt, was man hat. Wenn man da dann aber mitreden darf und sagen kann, punktuell würde ich gerne auf der und der Position verstärken. Das haben wir jetzt auch bei Leverkusen gesehen, bei Alonso, der dann auch gesagt hat, punktuell, ich hätte jetzt gerne einen Granitschaka dazu und so weiter und so fort. Auch nur punktuell verbessert so. Und ich glaube einfach, dass es bei Stuttgart sehr gut läuft, weil die Abläufe, das was Tusche gesagt hat, einfach da sind. Die Abläufe gut funktionieren. Vor allem auch so die Pärchen gut funktionieren. Ob du jetzt die linke Seite hast, die wunderbar miteinander funktioniert oder die rechte Seite, die gut harmoniert. Das sind einfach so Dinge, die wichtig sind. Du weißt es auch, also wenn quasi die Außen gut funktionieren und du bekommst als Stürmer einfach die Bälle serviert, dann ist das perfekt. Eure Stürmer müssen echt viel mehr machen, als nur den Kopf dahin halten. Aber ich glaube, das ist am Ende das, was Stuttgart jetzt gerade auszeichnet. Dass du eben einen Trainer hast, der volles Haar hat und Style hat. Also ich verarsche mich so ein bisschen. Basecap? Nee, ich muss mir noch mal ein paar Bilder angucken in der Pause, weil das mir gar nicht aufgefallen ist. Der Punkt ist ja wirklich da. Also der ist da. Aber das mit der Spielweise hat eher mit Intelligenz zu tun. Also nicht mit Haaren, sondern ist einfach ein super intelligenter Mensch, ist ein Riesentyp. Ja, war schon immer ein sehr guter Trainer. Wir gucken, mit der U23 von Bayern München in der dritten Liga Meister gemacht, mit einer sehr jungen Truppe. Bei Hoffenheim übrigens schon einen ähnlichen Fußball gespielt, jetzt nochmal fein getunt. Aber es passt halt einfach. Er passt zu dieser Mannschaft, er passt zu diesem Verein, weil sie ihn mit reinholen und ihn auch mitgestalten lassen. Und diese Passung ist extrem wichtig. Und der Glaube kam jetzt auch durch die Erfolge und durch die, die haben einfach Bock, das zu spielen. Das merkt man. Und deswegen passt das so. Und was Wahnsinn ist, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, Personale Angelo Stiller. Es gab in der Transferphase, der kam ja relativ spät, gab es dann unter den VfB-Bossen, das haben wir auch doppelt bestätigt, gab es eine kleine Diskussion. Da ist der Hoeneß da rein und hat gesagt, ich will den Stiller. Stiller oder nix. So ungefähr. Und dann gab es ein VfB-Boss, den sagen wir jetzt nicht, der hat gesagt, was ist denn mit dem Stiller? Da hat der Hoeneß gesagt, ich brauche den Stiller, um den Fußball zu spielen, den ich Fußball spielen lassen möchte. Und man sieht es wirklich. Ja, aber der hat da nix gerissen. Und da gab man einen Bayern-Trainer, der hat mir gesagt, er ist schneller als Angelo Stiller. Sag ich auch nicht, wer, aber Angelo Stiller ist, glaube ich, wahnsinnig unterschätzt. Hoeneß hat gesagt, ich brauche keinen anderen, hol mir den Stiller. Und es funktioniert. Und Angelo Stiller ist einer der Garanten für den VfB. Aber es ist doch supergeil. Er hat bei Bayern mit ihm zusammengespielt, bei Hoffenheim, jetzt bei Stuttgart. Du brauchst ja ein, zwei Spieler, die deinen Stil kennen, die wissen, was du willst. Denn wenn du Ideen hast und die einem Team vorstellen möchtest, ist es immer eine Unterstützung, ist es immer eine Hilfe, wenn dann ein Spieler schon sagt, okay, ich weiß ganz genau, was er will, macht das so, macht das so, macht das so. Jetzt ist Angelo Stiller noch vergleichsweise jung, trotz alledem sehr jung. Aber trotz alledem habe ich das Gefühl, dass er schon vorangeht, dass er das fest im Griff hat, sowohl spielerisch mit dem Ball als auch gegen den Ball und dann auch den ein oder anderen Tipp geben kann. Und vor allem superinteressant wird es ja am nächsten Spieltag. Stuttgart trifft auf die Bayern. Und da werden wir dann den Direktvergleich erleben. Traut ihr den Stuttgatern zu, dass sie auch das Spiel ziehen werden? Das hätte man vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass man das mal so ernst in eine Runde reinfragt. Ja. Also ich traue es Ihnen zu, kann mir aber vorstellen, dass es da dann wirklich das Weltklasse-Team am Ende dann doch wieder sich durchsetzt. Dann lass uns in der Bundesligaspitze weitermachen. Und wir müssen auch über Borussia Dortmund sprechen, die sich selber gerne an der Bundesligaspitze sehen würden. Ich habe mich schon gefragt, warum willst du über die Spitze und dann Dortmund reden? Oh, ich sehe enttäuschte Gesichter in gelben Trikots. Das ist auch okay. Aber es ist das schönste Trikot, was ihr anhabt, ne? Das ist wirklich... Aber aus den 90er Jahren, das ist ein tolles Trikot. Das ist richtig, ey, das war das erste Trikot, was ich hatte. Die Dortmunder verlieren ihr nächstes Spiel in der Fußball-Bundesliga, ebenfalls im Pokal ausgeschieden, jetzt 3 zu 2 gegen RB Leipzig. Wir wollen einmal ganz kurz auf die Highlights schauen. Ui! Ihr Worte gezündet! Was hast du gesagt? Ihr Worte gerade etwas gezündet, es riecht nach Rauch, aber das muss er selber erklären. Oh, mach die Fackel an, Frank. Der war auch schlecht verteidigt. Hör auf zu lügen. Sag, was du gesagt hast. Ja, deutscher Nationalspieler. Einmal Arsch wackeln, weg. Also niemand macht den Jungen zum Nationalspieler, weil er Dinge nicht kann, sondern weil er sie kann. Und besser als andere, sonst wäre er nicht Nationalspieler. Und das zeigt, dass wir halt einfach auch in dem Bereich Probleme mit der Qualität haben auf Top-Niveau. Werden wir gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, wenn es um das Thema Nationalmannschaft geht. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass aktuell kein Nationalspieler bei Bayern in der Viererkette steht. Also auf keiner der Positionen. Borussia Dortmund, Terzic ist da wirklich angezählt? Also viele Dortmund-Fans machen einen unzufriedenen Eindruck, weil irgendwie ist es auch so eine ambivalente Saison. In der Champions League ist man durch diese Mördergruppe weitergekommen, wo eigentlich viele mitgerechnet haben, gut, wenn es gut läuft, wären wir vielleicht Dritter, wenn es ganz gut läuft, irgendwie durch. Jetzt steht man auf Tabellenplatz 1 vor dem letzten Spieltag. In der Liga hapert es, im DFB-Pokal wurde man vorgeführt, zweimal gegen Stuttgart. Die das natürlich super machen diese Saison, aber letztes Jahr nun mal Relegation gespielt haben, wurde man zweimal vorgeführt. Könnte die Kritik an Terzic, seinem Spielstil auch verstehen? Oder sagt er, hey, die haben einfach dieses Jahr nicht so einen guten Kader zusammen? Manu? Ich vermisse einfach die Zeit, in der man diesen Vollgas-Fußball gesehen hat von Borussia Dortmund. Als man voll draufgegangen ist, mit viel Tempo dann umgeschaltet hat. Die Zeit ist halt leider vorbei. Den Terzic schon in seiner ersten Zeit hat er ja erstmal versucht, die Defensive zu stabilisieren. Das war kein so schöner Fußball. Jetzt in seiner zweiten Amtszeit sieht es relativ ähnlich aus. Ich tue mir ehrlicherweise ein bisschen schwer mit der Bewertung der Gesamtsituation, weil ich die intern das nicht kenne. Diese Transferstrategie, wieso Emre Can Kapitän geworden ist und so weiter, da schwingt so viel mit. Aber man hört ja raus, dass es da diese zwei Fraktionen gibt. Einmal die Fraktion Kehl, die dann zum Beispiel auch die kreativeren Transfers anschieben wollte, wie zum Beispiel Alvarez für die Sechs. Und dann Terzic, der halt gesagt hat, du pass auf, ich bin hier vorher, glaube ich, technischer Direktor gewesen. Ich weiß, was ich hier mache. Und ich will den Emre Can als Kapitän auf der Sechs haben. Deshalb brauche ich den Alvarez nicht. Es scheint ja auch irgendwie ein bisschen zu haken da. Ja genau. Und das meine ich ja. Ich habe schon das Gefühl, dass der Fußball von Woche zu Woche schlechter wird. Dass der Fußball von Woche zu Woche eindimensionaler wird. Und dass Borussia Dortmund, das fehlt, was sie früher so stark gemacht hat. Und das war eben dieser Power-Fußball. Nur tief hinten drinstehen und wie ein Absteiger spielen, das funktioniert nicht. Ja, wenn du zu zehn spielst gegen RB Leipzig, dann kann das mal funktionieren. Aber bei den anderen 16 Spielen, nein, auf gar keinen Fall. Dementsprechend, ich bin da ehrlicherweise ratlos. Ich frage mich auch, wieso man nicht mutiger ist, mutiger spielt. Und wenn es so weitergeht, dann wird man nicht mehr unter den Top 4 sein am Ende der Saison. Vielleicht auch einfach nicht die Qualität im Kader tuschen? Boah, ich glaube schon, dass genug Qualität im Kader ist. Ja, das muss man schon sagen. Aber auch sehr viele junge Spieler, das muss man auch mal bedenken. Bedenken, ja, also Adeyemi, der aktuell gar nicht klarkommt. Ich glaube, dass der im Kopf auch ein bisschen tot ist, weil er mitkriegt, okay, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr meine Pässe aufs Feld. Reiner spielt gar keine Rolle, gefühlt, was ich nicht verstehe, weil ich den bei der Nationalmannschaft immer echt gut performt, obwohl er kaum spielt. Ich finde, dass der ein paar Minuten mehr bräuchte, auch kriegen sollte. Moukoko. Moukoko, klar, immer mal wieder verletzt. Das ist auch so ein Ding. Aber bei der U21 funktioniert er auch. Ja, natürlich. Das will er ja nicht mehr hin. Ja, das ist, bei Nogittens, jetzt hoffst du auf, dass der mal, aber der Junge ist ja auch erst 18 oder 19, glaube ich, also sich dann auch die ganzen Jungs zu verlassen. Ja, aber wo ist denn denn Emre Can, ja, wo ist dann auch Marco Reus und solche Spielen? Das muss man ja auch mal fragen. Die Führungsspieler, ja, die das ja auch für sich, oder die es ja für sich einfordern, ja, die müssen ja in solchen Spielen vorneweg gehen. Aber du hast ja eigentlich zwei Führungsspieler bei Dortmund, die gerade vorneweg gehen mit Hummels und Kugel, oder? Ja, okay, aber die Kiste, klar, der geht vorneweg, weil sie viel zu viele Tore kriegen und viel zu viel zulassen, ja. Das, was ja auch Frank gesagt hat, Schlotterbeck, du kannst ja auch nicht verteidigen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, in Emre Can will der Aggressive Leader sein, ist es für mich zu oft, zu selten, ja, das ist meine Meinung. Ja, Julian Brandt ist ein geiler Kicker, aber auch mal so, mal so, auch nie so konstant. Und das sind dann halt schon drei, vier Spieler, wo die jungen Leute ja auch erst hinschauen und dann links und rechts mit den Jungs ja funktionieren. Aber dafür müssen gerade die Führungsspieler in der Gruppe, in so einer Truppe, erst mal funktionieren auf dem Feld. Ja, aber wenn die nicht vorneweg gehen, ja, dann kann ich es nicht von den 20, 21, 18, 19-Jährigen verlangen. Und ich glaube, dass da zu wenig geführt wird in dieser Mannschaft von den genannten Spielern, ja. Und auch ein Süle, der kam rein, der war für mich eine Katastrophe. Boah, ja, also wirklich, der kam rein nach der roten Karte von Hummels. Da habe ich gedacht, der spielt Balance aus, der, also die Bestaktion war sein Tor, ja. Also das hat irgendwie, eigentlich kann er den Ball gar nicht treffen, ja, so wie er vorher gespielt hat. Und das ganz zusammen, ja, dieser Cocktail ist gerade, ja, nicht gut. Ja, und natürlich hat sich auch jeder was anderes vorgestellt und man darf nicht vergessen, sie haben, glaube ich, am 1. April bis Oktober, ich glaube, fast 6,5 Monate kein Spiel verloren. Das muss man auch mal sagen, ja. Und trotzdem wurden die Spiele, die sie gewonnen haben, auch wenn sie knapp waren, immer irgendwie schlecht geredet. Das macht ja auch was mit dem Kopf, mit der Mannschaft. Und jetzt haben sie natürlich eine Phase, wo es gar nichts geht, ja. Das Einzige, was Thersisch aktuell rettet, glaube ich, ist die Champions League. Dass sie da durch sind, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht im Winter nochmal eine Veränderung gibt zum neuen Jahr. Petty, du kriegst ja auch immer viel mit. Wie steht es um den BVB? Boah. Also, erstmal muss ich sagen, ich musste jetzt arg schmunzeln und da kotzt mich manchmal Social Media auch ein bisschen an. Ich sage jetzt nicht bewusst von allen BVB-Fans, weil man weiß ja auch nicht, wer sich dahinter verbirgt. Aber Edin Terzic wird jetzt dafür kritisiert, dass er Edin Terzic ist. Und vor einem Jahr wurde ja dafür gefeiert, dass der Mann aus der Kurve die Truppe fast zur Meisterschaft führt. Und jetzt wird er brüskiert und angemacht, weil er angeblich mal, oder weil er mal Fansongs auch im Sportstudio gesungen hat, etc. Also, da sieht man auch so ein bisschen, wie schnell es sich drehen kann. Das sieht man auch, wir haben heute schon viel über Psyche gesprochen. Ich glaube, man sieht das auch derzeit Edin Terzic an, dass er massiv unter Beschuss steht. Ich glaube, er hat auch das Problem, dass er mit Julian Nagelsmann einen Schattentrainer hat, den er spürt. Das mag absurd klingen, aber warten wir mal ab, wenn sich Nagelsmann nicht dafür entscheidet, Bundestrainer zu bleiben. Und der kommt auf den Markt und so viele Optionen hat Nagelsmann nicht mehr, egal wie das mit der Nationalmannschaft ausgeht. Also ich glaube schon, dass das definitiv ein Thema ist beim BVB. Aber es ist unter dem Strich ein Qualitätsproblem. Ich sehe das auch so. Nico Schlotterbeck, nicht der Mensch, aber der Spieler Nico Schlotterbeck ist jetzt einfach auch in einem Prozess, wo er den Erwartungen ein Stück weit hinterherläuft. Ein Niklas Süle ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation, das merkst du im Kopf. Und ich denke immer wieder an Edson Alvarez. Ich habe mich mit ihm lang unterhalten in den USA, als sie gegen die Deutschen spielten. Das ist übrigens ein fantastischer Mensch, der gesagt hat, Florian, ich wollte zum BVB. Ich war traurig, ich war bereit. Der hat ein Haus gesucht. Der hatte quasi schon ein Haus gefunden. Wo wohnen die alle da an irgendeinem See, oder? Dortmund. Phönixsee. Der war bereit, nach Dortmund zu ziehen. Die Frau, alles abgesegnet, der Kehl war in Amsterdam. Das war alles durch. Und dann hat der Terzic gesagt, brauche ich nicht, der Emre wird Kapitän. Mit dem ziehst du euch. Und Edson Alvarez, jetzt sind wir wieder im Hätte, Wenn und Aber. Aber ich glaube, der hätte dem BVB sehr gut getan. Vor allem im Ballbesitz. Also das ist ja das größte Problem, wenn man über den BVB spricht. Wenn ein Emre Can, der ist dieser Mentalitätsspieler, den man dann hat, gegen den Ball, der viele Zweikämpfe gewinnt, der hart zur Sache geht, auch nicht konstant. Das stimmt, aber der zumindest das kann. Aber neben ihm wäre es derjenige, der Fußball spielt. Wer ist derjenige, der den Ball zirkulieren lässt. Der eine schöne Idee hat, um den Ball nach vorne zu tragen. Und da wäre er wahrscheinlich sogar ein richtig guter Kandidat gewesen. Das ist krass, dass die Dortmunder jetzt die Themen haben, die die Bayern immer haben. Diese ganze Führungsnummer und der Acki gegen den Kehl und der Kehl gegen den Terzic. Also die Bayern lachen sich kaputt über den BVB. Und das hat es auch lange nicht gegeben, weil sonst war es immer andersrum. Ja, aber jetzt sprechen wir gerade darüber. Ich glaube, dass die Geschlossenheit, die demonstriert wird im Ganzen, erstens in der Führung, das sind halt nur mal die, die vorne weggehen, dass die auch abstrahlt, so auch auf die Kabine. Die spüren die Spieler in der Kabine, dass die sich nicht einig sind bei Transfers, dass der eine links sagt, der andere rechts. Das spüren die Spieler. Und das ist ja immer auch so ein kleines bisschen Alibi. Jetzt soll ich für den und für den und überall. Aber schau mal, dann geht halt jeder so ein bisschen seinen Weg. Und ich glaube, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, bei Bayern München nicht so einig. Ich glaube, das wird wieder einig, so nach und nach. Aber bei Dortmund, das sind alles die, die jetzt irgendwie, zumindest am Wochenende, auch Probleme hatten. Vielleicht nicht nur am Wochenende. Und bei Stuttgart, da haben wir jetzt darüber gesprochen. Letztes Jahr, die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel, damit sie in der Liga bleiben. Ja, und haben das rübertransportiert. Und plötzlich läuft es da. Leverkusen, seit der Schabi da ist, total geschlossen in eine Richtung. Boah. Und es läuft. Also ich glaube, dass es schon viel auch macht mit den Spielern. Dass sie nie das Gefühl haben, sie sind ganz alleine und ich muss jetzt regeln. Weil dann haben sie vielleicht auch die Qualität nicht, um das zu regeln. Es haben aber auch nur ganz wenige. Terrence, willst du dich beim BVB sehen, vorne drin? Wenn sie mal einen brauchen. Du kommst mir mit Sachen. Ne, ich wollte auch nochmal anschließen. Ich glaube, das siehst du vielleicht auch bei den Teams. Schurka war jetzt ein gutes Beispiel. Man darf nicht unterschätzen, was für eine Macht ein funktionierendes Team hat. Das ist das, was ich meine. Wenn alle wie ein Schwarm funktionieren. Alle gehen dieselbe Richtung mit. Die sind von dieser Idee überzeugt, wie Fußball spielen. Jetzt hatten wir den Vergleich zu dem. Hier unter Klopp, die Meisterjahre BVB. Da war ich nur als Amateurspieler, war einmal im Kader ein paar Mal mittrainiert. Aber du hast einfach gemerkt, die kriegst du nicht auseinander. Ja, egal wer jetzt kommt, Bayern, egal wer, wo ist die ziehen, die ziehen ihr Ding durch. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch mit Stuttgart, die durch die Scheiße gegangen sind zusammen und die jetzt einfach mega gefestigt sind. Plus natürlich haben wenig Erwartungsdruck und auch die Philosophie stimmt. Und das siehst du wahrscheinlich jetzt auch bei all den Teams, die gerade einfach performen. Das wollte ich einfach nur sagen. Du merkst es von außen, wenn ein Team sich gefunden hat. Und wenn einfach diese Blase einfach intakt ist. Die Union ist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel für, die sind vom Weg abgekommen, er weiß, was passiert ist oder was. Aber irgendwie sind sie nicht mehr in diesem Boot, in dem sie vorher drin war. Wenn so eine Gruppe funktioniert, das sind auf der Saison sicherlich sieben, acht, neun Punkte. Nach Rückständen, wenn du Widerstände hast. Aber wenn du als Truppe da bist, du hast zwei, drei, die vorne wegmachen. Ach, die unsterblich, wirklich. Da sind die anderen, die gucken hin, okay, da läuft es gerade nicht so gut, aber da hast du zwei, drei, die wollen trotzdem den Ball haben. Ja, gerade dann, wenn es nicht läuft, sind die oft dann Spieler, die dann sich verpissen. Ja, genau, sich verpissen, ja. Nicht aus den Deckungsstatten kommen, sondern auch, gib mir mal den Ball nicht. Und das ist halt bei Stuttgart extrem, zu tausend Prozent, ja, dass da eine Einheit ist und die Kabine sich auch gegenseitig säubert. Das ist ja auch wichtig, dass man Dinge anspricht, ja. Das ist extrem wichtig. Gerade wenn es gut läuft, Dinge ansprechen, die gerade vielleicht den Erfolg gefährden. Weil wenn es scheiße läuft, dann kommen sie alle aus ihren Ecken. Da zählt jeder alles. Aber wenn es gut läuft, dann zu sagen, ey, Terence, lauf mal wieder mit, Alter. Seit zwei Wochen läufst du nicht mehr so wie vor vier Wochen. Das sind Dinge. Sich das sagen zu können, anzunehmen und dann bist du auf eine richtig geile Weg als Mannschaft. Aber ist das vielleicht auch das, was beim BVB jetzt über längere Zeit ein bisschen falsch gelaufen ist, wo man dann zum Beispiel auch einen Trainer wie Edin Terzic in die Pflicht nehmen muss? Weil, wenn ich mir jetzt die Interviews von dem angucke oder die Pressekonferenzen, ich habe manchmal das Gefühl, der sieht andere Spiele als ich. Und ich gucke da wirklich auch als Schalke-Fan komplett neutral drauf und mauern. Ja, das halte ich. Natürlich. Nee, wirklich jetzt. Nee, ja. Es ist eine andere Liga. Abfiel. Leider. Aber die spielen 180 Minuten gegen Stuttgart und ich habe das Gefühl, da ist der Tabellenvierzehnte beim Tabellenzweiten auswärts zu Gast. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man sich das in der Dortmund-Führungsetage oder auf dem Trainerposten so wirklich eingesteht. Und du hast gerade angesprochen, dass man sowas ansprechen muss, wenn es gut läuft. Ich habe jetzt bei Dortmund lange gehört, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber wir punkten. Hans-Joachim Watzke, ich weiß gar nicht, das war glaube ich die Mitgliederversammlung, hat sich vor ein paar Wochen noch hingestellt und hat gesagt, wir werden mit Leipzig verglichen. Und man hat das Gefühl, der eine Verein gewinnt die Champions League und die anderen stehen kurz vorm Abstieg. Also wir sind ja im Pokal noch drin und stehen über denen in der Tabelle. Und zu dem Zeitpunkt hat Dortmund auch schon schlechten Fußball gespielt für die eigenen Ansprüche. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, jetzt sind beide aus dem Pokal raus und die Leipziger sind vorbeigezogen. Also das greift ja eigentlich genau dahin, was du gerade angesprochen hast oder nicht? War man vielleicht zu unkritisch? Die Frage ist ja, was er da außen sagt, ist das eine. Die Frage ist ja, wer es intern anspricht. Da sind wir alle nicht dabei. Also das ist ja das Wichtige. Du kannst ja, ein Trainer will ja oft auch seine Mannschaft schützen. Das ist ja auch richtig so. Oder als Kapitän, als Führungsspieler nimmst du vielleicht auch mal ein Scheißspieler auf deine Kappe. Du sagst, ey komm, das Spiel war nicht gut von mir. Ich habe was auch immer einen Fehler gemacht. Aber intern sprichst du die Dinge dann trotzdem nochmal anders an. Und das ist als Trainer wichtig. Du kannst natürlich als Trainer auch immer die Mannschaft vor den Kameras zur Sau machen. Cool, aber dann verlierst du sie ja irgendwann in der Kabine. Es ist ja auch mal ein Spiel, was nicht gut lief, zu sagen als Trainer, ey, das nehme ich auf meine Kappe, nach außen, sagt aber intern was ganz anderes. Sagt er, ey Männer, ich habe euch jetzt gerettet, ich habe mich vor euch gestellt, aber so können wir nicht weiter funktionieren. Wir müssen was ganz anderes machen auf dem Platz, im Training unter der Woche. Da fängt es ja an. Auch die Spieler, die hinten dran sind, die entscheiden ja auch viel. Ja, ob die, die die erste Elf sind, ob die merken, oh komm, da ist jemand hinten dran, der macht mir, natürlich, der macht mir Dampf, das Trainingsniveau ist hoch oder auch das ist natürlich auch eine Führungssache als Trainer, heißt ja auch so. Wie gehst du denn mit Nummer 12 bis 22 um, ja, lässt du die liegen oder nimmst du dir auch die an die Hand, weil irgendwann funktioniert die Nummer 8 und 9 nicht, ja, in der Starting Elf. Und dann brauchst du mal Nummer 13, 14, 15, ja, aber wenn du sie nicht beachtest, dann brauchst du nicht erwarten, dass der Spieler dann für dich als Trainer durchs Feuer geht, ja, das sind ja auch so Dinge. Und da sind wir leider zu weit weg, da kann ich Terzic nicht einschätzen, aber es sind ja auch solche Dinge, wo die Spieler hingucken und wie eine Gruppe dann funktioniert als Ganzes, ja, mit dem Trainer zusammen. Also bei denen es jetzt nett gelaufen ist, da haben wir immer gleich angefangen, was ist bei Tuchel, was ist bei Terzic, also wir fangen erstmal mit den Trainern an. Also dabei sind sie ja ein Teil der Mannschaft, also erstmal die Gruppe und der Verein und alle, die dazugehören, sind da erstmal in der Verantwortung und dann hat natürlich der Trainer seinen Anteil und seinen Einfluss und so weiter. Und man muss dazu sagen, du sagst, das ist vollkommen richtig, also ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass beim Edin auch Jungs, die gekommen sind und dann getroffen haben, so als Joker oder so, die sind da auch hingelaufen zu ihm. Das machst du nicht, wenn du sagst, ich bin stinksauer, dass ich nicht spielen dürfte von Anfang an. Also von dem her habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt so intern, so zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht passt, aber die Erwartungen von außen sind natürlich andere und dann muss es sich auf irgendjemand zentrieren. Und ich weiß nicht, ob das in dem Fall wirklich angebracht ist. Und du darfst doch nicht vergessen, das muss man auch ehrlicherweise mal dazu sagen, sie haben Haaland verloren, sie haben Bellingham verloren, sie haben irgendwann mal Sancho verloren, das macht ja auch was mit einer Truppe. Wenn du immer das Gefühl hast, jetzt gehst du den nächsten Schritt und wir haben uns beisammen und dann geht wieder Leistungsträger weg. Und ich glaube, sie müssen von diesem Nimbus, wir holen uns diese zwei, drei Superstars irgendwie, an die sich da keiner rantraut, wir entwickeln die und verkaufen die. Und da kann der Aki Watzke, hat er reagiert auf das, was der Kalle Rummenigge gesagt hat, da schmunzeln die Bayern natürlich schon so ein bisschen drum, weil die Dortmund, da werden die ja aus Sicht von Leverkusen, Bayern, Stuttgart, sie werden die ja eigentlich nie so richtig gefährlich, weil sie haben halt für ein, zwei Jahre einen guten Lauf, dann geht er wieder weg und dann haben sie wieder ein Jahr Probleme. Aber ist es bei Leverkusen nicht anders, es ist doch genauso, oder? Bei Leverkusen ist aber eine komplett andere Situation, bei Leverkusen bildet sich ja, wie Terence auch schon gesagt hat, da bildet sich ja eine ganz andere Homogenität gerade. Und da steht mit Xabi Alonso gerade einer an der Seitenlinie, der glaube ich, aus Spielersicht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, er spricht noch nicht so klares Deutsch, das kennen wir noch von Pep Guardiola, es gab auch bei Pep Guardiola einige Spieler, die mussten sich echt anstrengen, das alles so zu verstehen und Xabi Alonso macht das sehr, sehr gut, da läuft es aber. Und du hast mit Simon Rolfes einen starken Sportdirektor und all das hast du in der Dortmund-Konstellationheit gerade nicht. Und ich hätte zum Beispiel, das habe ich gar nicht verstanden, warum Paris Brunner, der geht mir nicht auf die Bank, den hätte ich gebracht. Was hätte der zu verlieren gehabt? Also das verstehe ich nicht, dass er, das fand ich an Tercic verwunderlich, dass er da nicht den Mut gehabt hat, den einfach reinzuschmeißen. Und die Auswechslung nach der roten Karte war auch ein bisschen fragwürdig, da den schnellsten Spieler oder einer der schnellen Spieler rauszunehmen. Ja und dann lässt du Füllkrug vorne alleine drin und der soll auf Konter spielen. Das war auch, was ist das? Sorry, also da habe ich mich wirklich gefragt, okay, also jetzt ziehen sie sich nicht mehr. Ich gehe komplett zurück und spiele nicht mehr nach vorne. Weil, also ich liebe Füllkrug, ne? Ist ein mega geiler Stürmer und ich feiere den total ab, aber der ist jetzt sicher kein Konterspieler, also den du dann nach vorne schickst. Und das musste ja irgendwo die Idee sein. Also den Wechsel fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Deine Eingangsfrage war ja eigentlich, Thema Trainer ist es der Richtige, ne? Ich höre die ganze Zeit zu und frage mich das gerade wirklich, ob er vielleicht, er ist ein total empathischer Typ und du sagst es auch richtig und ich finde ihn super sympathisch. Also ich mag ihm total gerne auch zuhören und das ist irgendwie immer alles, es hat irgendwie immer Hand und Fuß und ich glaube, es ist ein total netter Typ, der auch viel von Fußball versteht und weiß halt auch, wie unterschiedliche Jobs zu machen sind. Aber ich habe unterdessen das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihre Spielphilosophie verloren haben und du siehst nicht mehr das. Wofür steht der BVB aktuell? Was ist jetzt gerade die Spielidee? Die besten Spieler der Saison sind Kobel und Hummelsund. Ich glaube, dann hast du deine Frage beantwortet, oder? Ja, irgendwo schon und das ist irgendwie traurig, weil ich sehe es auch ein bisschen so, man hat vielleicht auch eher zu oft so auf individuelle Spieler geachtet, dann das Spiel dann nach ausgerichtet, dann waren die weg. Vielleicht muss man auch mehr darauf gehen, erstmal das Konstrukt oder das Team so als Ganzes zu stabilisieren und wenn du dann einzelne Spieler hast, die dann zu pushen, aber wenn die wegfallen, dann bricht nicht deine komplette Spielidee zusammen und dann musst du erstmal wieder zwei Jahre wieder klarkommen. So, wenn du jetzt Haaland zum Beispiel nimmst als Beispiel. Das finde ich gerade schwierig beim BVB und das ist jetzt, würde ich sagen, bei Stuttgart aktuell, wenn wir jetzt nochmal aus Stuttgart den Vergleich sehen, die haben einen anderen Marktwert vom Kader her aktuell, aber das Konstrukt funktioniert. Wenn da einer ausfällt, ist das nicht so, dass du plötzlich so ein Leistungsgefälle hast. Du hast gerade aktuell zwei Stürmer, die überragend sind, das spielt einem natürlich auch in die Karten, klar, aber dieses Spielidee fehlt mir beim BVB gerade komplett und da ist dann die Frage, geht es noch mit dem aktuellen Trainer? Kann er wieder zurückfinden zu dieser alten Spielidee, das, was den BVB ausgezeichnet hat, was er ja auch selber als Spielidee hatte oder braucht es vielleicht einen neuen Impuls? Meine Antwort wäre da wahrscheinlich nein, denn man braucht ja auch als Spieler und da wird Terrence wahrscheinlich zustimmen, man braucht ja auch eine Lösung, die einem gegeben wird, beziehungsweise gezeigt wird, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest als Spieler und wie du spielen möchtest. Und wenn ich mir ein BVB-Spiel ansehe, habe ich schon das Gefühl, dass viele ein Fragezeichen haben und jeder irgendwie versucht, so sein Ding zu machen, ohne dass da ein Konzept ist, wo man sagt, okay, erst hier hin, dann hier hin, dann so hin, dann so. Das existiert nicht. Es sind elf Einzelspieler, die da stehen, die alle versuchen, ihr Bestes versuchen, die alle versuchen, irgendwie guten Fußball zu spielen, aber es nicht zusammenpasst. Und wer ist schuld daran? Da würde ich schon sagen, dass es eher der Trainer ist, denn der muss ja am Ende dann diese Idee vorgeben und diese Lösungen auch in Richtung des Teams transportieren, im Training und natürlich auch in der Spielvorbereitung. Ich glaube, was eintrifft und das aus Trainersicht vielleicht mal interessant dann auch, du merkst glaube ich jetzt als Edin Terzic, oh Mensch, ich verliere gerade die Mannschaft. Emre Can hat den Trainer zerstört mit dem Interview, Niklas Füllkrug, ich weiß nicht, wer die Szene gesehen hat nach Abpfiff, da ist er hinter Terzic her und er wusste natürlich, die Kamera schaut noch auf ihn und da hat er irgendwas gesagt mit, ich weiß nicht wohin und so weiter und so fort. Hummels ist ein Meister der Rhetorik, davon kann Niko Kovac ein Lied singen, der kann dir im Halbsatz immer einen mitgeben und damit fängt er jetzt auch an. Und wenn du merkst, Füllkrug, Can, Hummels, Brandt auch schon teilweise, so Julian Brandt, Kobel hält sich noch zurück, weil der wird in zwei Jahren eh wahrscheinlich zu Bayern wechseln, aber wir haben ja schon mal einen Torwart-Transfer verkündet, weißt du noch? Ja, der weiß ja gar nicht mehr. Natürlich weiß ich das noch, an die Shows mit dir erinnere ich mich immer, da geht es häufig auch um so Bärte und Frisuren und so. Nein, aber aus Trainersicht, wenn du das Gefühl hast, oh, der Führungsspieler oder die Führungsspieler kritisieren mich gerade öffentlich, das macht ja auch wieder was mit dir im Kopf. Ja, das macht was mit dir. Jetzt müssen wir nur eins mal festhalten. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein großes Interesse haben, dass sie erfolgreich sind. Und demzufolge suchen sie einen Trainer aus, der am besten zu dieser Truppe, die sie so zusammengestellt haben, passt. Und da sollte man schon das Vertrauen haben. Da ist ja noch ein Matthias Sammer auch, den ich sehr schätze und das ist ein unfassbarer Experte, der da berät. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Edin Terzic da nett ist, weil er nett ist, was er definitiv ist und weil er ein geiler Typ ist, weil er viel vom Fußball versteht, sondern weil Borussia Dortmund entscheidet, dass er genau der Richtige für diese Truppe und Situation ist. Wir alle sind nicht beim Training dabei, wir sind nicht in der Kabine dabei, wir wissen nicht, was die Vorgaben sind, wir wissen, dass es nicht funktioniert. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich glaube aber, die erste können wir ausschließen. Ich glaube nicht, dass der Edin Terzic sagt, spielt jeder, wie er will. Und wenn es eng wird, dann verpisst er euch einfach. Das wird nicht so sein, sondern es wird ganz andere Ansagen geben. Die Frage ist dann die Umsetzung. Und wenn es dann hinterher dann heißt, naja, der lässt da mal was fallen und der da. Ja, es waren jetzt schon einige Trainer bei Dortmund und die waren alle nicht die Richtigen. Auch für die Spieler, die waren dann nicht die Richtigen. Ich glaube, dass du da als Verein einfach ganz klares Statement setzen musst und ich hoffe, dass das noch kommt. Bis jetzt haben sie es durchgehalten, dass sie sagen, passt mal auf, bevor der Edin Terzic geht, geht ihr. Das gibt es in anderen Vereinen. Alle wollen immer sein wie Freiburg und wie Heidenheim, aber keiner hält es durch. Und dann gibt man dem Druck der Spieler nach, die natürlich auch ein Interesse daran haben, gut dazustehen. Und irgendwo ihre Nachlässigkeiten auch irgendwo zu verkaufen. Und wenn man den Fokus dann, das kennt man auch, auf jemand anders lenkt, dann ist man erstmal fein raus. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die kann nur Dortmund treffen, die Verantwortlichen. Und sie müssen einfach entscheiden, ist die Passung so, wie wir uns das denken? Oder ist es nett? Gut, und dann, demnach fällt die Entscheidung aus. Aber dann einmal in einem Wort, weil wir sehr lange in dem Thema drin sind. Mit Terzic weiter, ja oder nein? Ob es mit ihm weitergeht oder? Ob du es weiter mit ihm machen würdest. Ja, weil auch keine Alternative auf dem Markt ist, dem ich jetzt... Ein Wort nur. Ja, Edin Terzic ist noch der richtige Trainer für den BVB. Ein langes Wort. Frank? Ja. Noch. Nein. Nein. Ich denke auch noch.